Beim kurzen Spaziergang am Nachmittag, meine Frau, ich, Nando und damals noch mit dem Baloo, haben wir die Dogge Rapunzel kennengelernt. Eine sehr schöne schwarz-weiße Dogge, ein Jahr alt, laut Frauschen, wie immer Herz wie ein Hase, die Doggen, tolle Tiere. Ja, Nando und sie könnten Bruder und Schwester sein. Okay, die Größe passt zu ganz, aber sonst haben sie sich gut verstanden. Rapunzel hat ein bisschen Probleme mit einem Auge, aber das ist eine Behandlung, laut Frauschen, das kriegen sie schon in den Griff. Aber wie die meisten Doggen, die ich bisher kennengelernt habe, wir hatten ja selber zwei, einmal die Joys, aus einer schlechten Haltung, oder den Wotan. Der hatte eine Behandlung am hinten, hinten links, genau, war das genau. Beide sind knapp neun Jahre alt geworden. Rapunzel ist gerade ein Jahr, sieht man aber auch noch eine junge Lady. Lieber Hund, wie die meisten Doggen, denken sie wären ein kleiner Hund, Dogge, Herz wie ein Hase. Und tschüss.